Mit allen Tricks, mit allen Tricks, die Türken. Dabei braucht ja Mannheim jeden Euro im Moment, bei den Schuldenbergen. Das sind übrigens nicht die einzigen Berge in Mannheim. Da gibt es noch Müllberge und am Kirsman-Underberg. Und apropos Berge, was für ein Übergang. Ich kenne da jemanden, der war gerade in den Bergen. Ein Graf, aber ein ganz bestimmter Graf, ein Geograf. Ich bin Mondo von Meridian und ich war Bergsteigen mit Pater Braun und Pater Born. Pater Braun war eher ruhig, Pater Braun war schwer in Fahrt. Beim Aufstieg schon, als fällt er hin. Naja, denke ich, Württemberg nichts ausmachen. Und gequatscht hat er mit Konstanz. Auf geht's dem Eisenach! Lasst uns Ruhm erlangen! Ich gebe ihm ein Fanklas, schau ins Land. Er... Wattenmeer, Wattenmeer! Sizilien ja gar nicht richtig. Da, dieser Bag. Oder jener. Er... Ah, jetzt sehe ich den Bergamo. Par ma sogar! Ha, genau! Geh nur schon mal vor! Montreux, Montreux! Ich ruf Braun, schweig! Er dreht sich rum und haut mir in den Kopf Magen. Ich brüll, ich könnte sie umbrien! Er fuhrt. Ich renn' ihm nach, als ich ihn sehe, fällt er hin. Und ich pack ihn an den Füssen und an der Obergurgel. Das gibt's wirklich. Wärgel ihn! Und dreht ihn dahin, da, wo es wehtut. Und dann hab ich mich gar misch mehr um ihn gekümmert. Hinter mir, Pater Born. Sagen Sie mal, Istanbul oder eine Kuh? Eine Kuh, aber keine Angst, die kommt nicht rüber. Und wenn man die mal tritt? Ja, selten so gelacht. Die beiden, das trifft Gott hart. Ja, sie werden sicher auf Nachsicht ihres Bischofshofen. Und wenn ich mich da hinterklemm, wird es vielleicht nicht an die Großglockner gehängt. Ist nie zu spät. Ich bin dann wieder zu meinen Rosenheim. Mit dem Zug. Spitze. Sitzt bei einem Glas vor meinem eigenen Brenner. Und denke, bleibt mir mit euren Klagenfurt. Grenoble geht die Welt zugrunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.